Wenn mich heute einer fragt, seit wann bin ich in dem Unternehmen beschäftigt, sage ich immer seit meinem achten Lebensjahr. Ich bin alle Sommerferien in meiner Schulzeit komplett die sechs Wochen mit Vater auf der Straße gewesen. Und so glaube ich, kann man heute sagen, dass ich immer noch ein bisschen Diesel im Blut habe. Für die Menschen, für die Umwelt, wir brauchen Leidenschaft. Das Ziel, worum wir gemeinsam arbeiten, ist erstmal die Zufriedenheit des Kunden. Wir gehen direkt darauf zu und verbessern unsere Qualität. Das sagt eigentlich schon alles. Für mich ist es ein Anreiz, jeden Tag das Beste aus dem Tag rauszuholen. Das macht mir einfach Spaß. Da stecke ich meine volle Energie rein. Ich liebe es einfach, für die Nordspelvizio Geld zu verdienen. Das bringt mir richtig Spaß und Dinge zu schaffen, die am Anfang unmöglich erscheinen. Jeder hilft jedem und jeder hat auch für jeden Verständnis. Und das ist es eigentlich, was es ausmacht. Es ist so, dass es immer vorangeht und wir suchen eigentlich den, der seine Stärken hat, den versuchen wir da, seine Stärken auch ausleben zu lassen. Sie haben immer ein Ohr für dich und möchten dich auch groß machen. Sie möchten sich nicht selber groß machen, sondern auch dich selber, also deine Mitarbeiter. Wir sagen heute immer, Vater hat das Fundament geschüttet und wir haben das Haus drauf gebaut. Und darum geht es, um dieses Haus, es mit Leben zu füllen, mit Menschen zu füllen. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe für die Zukunft. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe für die Zukunft.